Auf diesen Zeitpunkt habe ich lange genug gewartet. Also, zeig mir, was du drauf hast. Verlass dich drauf, das erwarte ich auch von dir. Auf diese Party habe ich mich schon lange gefreut. Also gut. Drei, zwei, eins. Let it rip! Los, Eagle! Ja, zeig's ihm! Libra! Beide Fels jagen aufeinander los! Wahnsinn! Genau so muss es sein! Kein Volldruck! Blick mal, wo kam Dedisa Bay jetzt her? Und wem gehört dieses Teil? Das sieht mir ja nach einer lustigen Jagd aus. Lasst mich auch mitspielen. Ich heiße Masamune Kedoya. Und ich bin der Nummer-eins-Player auf der ganzen Welt. Hä? Haha, die Nummer-eins, naja, klar. Aber, Herr Direktor! Hey, du! Was fällt dir bloß ein? Das hier ist der Endcup eines großen Turniers! Ja, dann ist es ja gut. Das Finale ist doch für die stärksten Blader gedacht, oder? Und da mein Ray Stryker und ich die Weltbesten sind, dürfte doch alles Paletti sein. Oh, Masamune Kedoya und Ray Stryker, ha? Ha, wen haben sie denn da freigelassen? Ja, entweder ist er wirklich gut, oder er hat zu viel Zucker gegessen. Eins von beiden. Also aussehen tut er nicht wie eine Nummer-eins, eher wie eine halbe. Ach ja? Dann trau dich doch! Ich passe! Was? Hast du etwa Angst, Kumpel? Ich kämpfe nicht gegen Leute, die keine Manieren haben. Das wär's. Was? Hm, du hast tatsächlich Angst vor mir. Wie wär's dann, wenn du gegen mich kämpfst? Hä? Zeig ihm, wo's lang geht, Libra! Das klingt doch schon besser! Wieso weichst du aus? Du bist doch derjenige, der kämpfen wollte! Das wär doch langweilig, wenn's so schnell aus ist. Komm und fang mich! Nicht schon wieder! Ja! Wie kann er sich so aus einer Ruheposition heraus bewegen? Was ist das für ein Bay? Libra! Hol ihn dir jetzt! Das wird jedes Mal so laufen! Wenn du auf den Trick rein willst, hast du noch viel zu lernen! Los! Du wirst doch lernen müssen, dass Striker und ich die Stärksten der Welt sind! Hä? Wo kommt der denn her? Stimmt was nicht? Du willst mir doch nicht erzählen, dass es vorbei ist! Dieser Typ hat's draus! Hä? Netter Versuch, aber das macht Libra überhaupt nichts aus! Was hast du gesagt? Mit einem starken Gegner wie dir macht es Spaß! Aber hier trennen sich unsere Wege! Jetzt zeigst du uns deine wahre Kraft! Ja, und vor Libras Überschallwellen kannst du nicht davonlaufen! Der war gut! Wer hat denn was von Davonlaufen gesagt? Na du gerade! Wenn du glaubst, Libras Special Move wegstecken zu können, versuch's doch mal! Wieso nicht? Ist doch kein Ab! Zeig mir endlich, was du drauf hast! Na gut, wie du willst! Special Move! Libra! Inferno Blast! Komm schon, jetzt! Hä? Was? Das ist unfair! Ihr seid uns zuvor gekommen! Ja, und zwar nur, weil du zu langsam warst! Unfair, unfair! Gleich nochmal! Von mir aus später! Jetzt hab ich mich auch aufgewärmt! Hä? Es ist wirklichity! Hä? Das war's für heute.